Hallo zusammen, wie geht's euch? Ich erzähle euch jetzt mal etwas, was mir heute so passiert ist. Ähm, ist nichts Schlimmes. Aber, ja, egal. Und ich würde mich jetzt schon freuen, wenn ich mir ein Like da lassen würde. Dann ein Abo, ein Kommentar, würde ich mich schon mega freuen. Und, ja, also, ich war heute im Migros gewesen. Und, ähm, dann wollte ich auch, bin ich richtig ausgegangen. Und dann hat es so, ja, zwischen Kinder und Jugendlichen, äh, zwischen Kinder und Jugendlichen gehabt. Ähm, die sind die ganze Zeit bei mir dabei gelatscht. Immer rein, aus, rein, aus, raus. Und dann, ähm, wollte ich mich bereit machen. Weil zum Gehen. Und dann, ähm, habe ich meine Kopfhörer rein getan. Und dann, ähm, sind sie immer wieder durchgelatscht. Immer hin und her. Und dann, ähm, kommt einer von mir, äh, von denen zu mir. Und, ähm, fragt mich, wollen sie, ähm, eine Mystery Box oder 20 Rappen. Ähm, und ich kann einfach so da, wie, wie ich nicht zulassen würde. Und, ähm, ja, ich tue einfach so Sachen ignorieren. Und, ähm, ja. Nein, ich weiss nicht. Was mit denen los, was mit den Leuten los ist, schwein. Ich hoffe, die gehen wir jetzt noch weiter auf den Sack. Ich denke, die nächsten Tage oder so. Ich hoffe es nicht. Sonst weiss ich auch nicht, was ich mache. Und, äh, zum Glück hat es mich nicht, äh, weiterverfolgt. Ich habe einfach, ähm, richtigen Zeitpunkte gesucht. Wo es, äh, weg sind, äh, äh, hinter der Mauer oder so gewesen sind. Dann, äh, bin ich einfach im Anderen ausgegangen. Und, äh, ja. Aber die haben mich, wie sie ausgesehen, nicht verfolgt. Und, ähm, ja. Ich hoffe, die lassen mich jetzt in Ruhe. Und wenn nicht, weiss ja nicht, was ich machen soll. Ähm, ja. Es ist einfach zum Kopf, so ich schwöre. Und, äh, ich weiss nicht, was ich, äh, denen gemacht habe. Die habe ich auch noch nie gesehen. Und, äh, ich weiss nicht, ob das eher Spass, äh, ist, was sie manchmal machen. Oder, was, oder ob sie einfach, äh, gerne die Leute auf den Sack gehen. Ich habe keine Ahnung. Ich ignoriere einfach solche Leute. Und macht mein eigenes Ding. Und, ähm, ja. Und, äh, ja. Und dann bin ich, bin ich nach Hause. Und, äh, ja. Und jetzt mal schauen, wie sie der nächste Tag wird. Und, ähm, ja. Also, ähm, ich hoffe es hat euch gefallen. Ein kleines Update Video, keine Ahnung. Ähm, ja. Würde ich mich mega freuen auf ein Abo, ein Like und ein Kommentar. Würde ich mich mega freuen. Und, äh, ja. Und, ähm, ja. Und, ähm, ja. Und, ähm, ja. Und heute Abend zock ich ja sowieso nur eine Runde. Und, ähm, mein Längter ist, äh, mein Profil, äh, mit dem Profil verlängt. Und, äh, würde ich mich mega freuen. Und, äh, ja. Und ich zock ja im Moment den Crew Motor Fest. Haben ihr ja schon gesehen, wenn ich den Schurz-Video so hochladen, haben ihr ja schon gesehen. Und im Moment macht mir das Game richtig Spass. Und ja, also eine schöne Zahme und entweder bis später oder bis morgen. Oder ja, ciao Zahme, Peace.